Einen schönen guten Tag ihr Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video, zu einem spannenden, aber auch spekulativen Video. Die chinesische Mediengesellschaft 36KR hat nämlich angeblich Insider-Informationen vorliegen, wo es ein kleines SUV von Tesla bald geben wird. Bald ist relativ, da kommen wir später noch zu. Was hat es da mit Aufsicht? Ist es das 25.000 Dollar Fahrzeug? Ist es das Model 2 oder Model Q? Was wird es sein? Nach dem Intro geht's los. Bevor wir gleich einen Blick auf das Insider-Papier von 36KR werfen, möchte ich euch noch was mitteilen. Und zwar, Tesla hat jetzt gerade in dem Moment die Märkte geöffnet für Japan, für die Türkei und für Australien. Das bedeutet, ein potenzieller Kundenmarkt, der sich jetzt eröffnet, von 235 Millionen Menschen. Also das bedeutet, der Absatz wird wieder in die Höhe gehen, es wird eskalieren dieses Jahr, ich sehe es schon einfach kommen. Außerdem möchte ich euch noch was mitteilen. Unsere Gigafactory oben in Berlin, in Brandenburg, die will jetzt bald ein Vierschichtsystem einführen. Das bedeutet, man will damit auf die 10.000 Fahrzeuge pro Woche kommen. Aktuell sind wir bei 5.000 Fahrzeugen, was ich persönlich schon sensationell finde. Und ich muss echt sagen, das habe ich ja damals bei der Gigafactory, wo wir die eröffnet haben, auch gesagt, ich bin echt verdammt stolz drauf, dass wir hier in Deutschland die Gigafactory haben. Das muss ich, ich sage das auch jedem da draußen, da bin ich, ich weiß nicht, ob das Patriotismus ist oder sowas, aber ich freue mich einfach, dass wir in Deutschland wirklich da so ein starkes Tesla-Team oben haben. Und vielen Dank nochmal nach draußen, das muss man echt sagen. Wir stehen hinter euch und einfach sensationell, wirklich. Es gibt aber auch ein internes Dokument zur Gigafactory in Berlin, wo eigentlich ja nur angedacht ist, dass 500.000 Fahrzeuge pro Jahr geplant sind, die dort aus der Factory laufen sollen. Jetzt gibt es auch ein internes Papier, wo steht, dass die Produktionskapazität auf eine Million erhöht werden soll. Das heißt, es wird angebaut und so weiter. Wenn das durchgeht, ey Leute, das eskaliert dann richtig. Kommen wir jetzt aber mal wirklich zum Thema und zwar in der Vergangenheit ist ja bereits schon in China und ich glaube auch in Spanien ein kleines SUV aufgefallen mit einer Tarnfolierung, das wirklich aussah wie ein Tesla gemischt mit einem Mazda CX-30 oder so. Also das war irgendwie fürs Auge nicht ganz greifbar. Die Scheinwerfer waren Tesla, so ein paar Applikationen waren Tesla mäßig, die Felgen zum Beispiel. Das hat man direkt auf einen Schlag erkannt, aber die Silhouette erinnerte eher an einen Mazda. Und das war sehr komisch, entweder hat sich da einer einen Scherz erlaubt, aber so richtig konnten wir es uns nicht erklären. Jetzt hat aber wie gesagt die Mediengesellschaft 36KR aus China im Prinzip Insider-Daten vorliegen, wo es wirklich darum geht, dass ein kleines SUV auf den Markt kommen soll. Und das würde doch wieder ein bisschen ins Bild passen mit den Bildern, die wir gesehen haben in der Vergangenheit. In meiner Meinung nach macht einfach ein SUV Sinn. Damit bedient man mehrere Märkte. Die Chinesen fahren gerne SUVs, wir Deutschen mittlerweile ja auch. Wir haben es ja selber gesehen, Model Y verkauft sich wie warme Semmeln. Deswegen macht dieser Schritt, ein SUV zu nehmen, deutlich Sinn auf jeden Fall. Das Fahrzeug soll pro Jahr auf 4 Millionen Einheiten kommen. Das ist mächtig. Wie staffelt sich das? Shanghai eine Million, Gigafactory in Berlin eine Million und die 2 Millionen oder sagen wir mal 2 bis 3 Millionen verteilen sich auf den amerikanischen Markt. Das bedeutet Nordamerika, vorwiegend aber in Mexiko. Ich habe gerade die Gigafactory in Mexiko so erwähnt bzw. betont, warum. Ihr müsst euch mal gerade was vorstellen, was ich euch jetzt sage. Ich muss es ablesen, weil es so gigantisch ist. Die Gigafactory in Mexiko ist Faktor 20 größer als die Gigafactory in Shanghai und 68% mal größer als die Gigafactory in Texas. Und die Gigafactory in Texas ist schon ein Monster. Das muss man echt sagen. Also man kann sich gar nicht vorstellen, was Mexiko werden wird. Das wird effizient hochziehen, das wird die effizienteste Fabrik ever werden. Das wird ein Monster werden, was an Produktionskapazitäten sind. Also ich weiß nicht, die Zukunft von Tesla wird krank werden. Das müssen wir mal festhalten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche technischen Daten hat dieses kleine SUV? Wann wird es kommen? Die Insider-Quelle sagt dazu, dass es nicht vor einem Jahr kommen wird. Das bedeutet, es würde doch wieder ein bisschen ins Bild passen mit Mexiko. Mexiko wird nächstes Jahr fertig und das bedeutet, nächstes Jahr ist dann auch die Produktion des kleinen SUVs. Ja, welche technischen Daten hat es? Da steht leider nichts in dem Insider-Papier zu. Da kommt jetzt Spekulation ins Spiel, wie ich es eingangs auch gesagt habe. Ich vermute sehr stark, dass das Fahrzeug nicht 25.000 Dollar kosten wird, sondern wir uns eher, ich sage mal, bei 30.000 bis 35.000 Dollar bewegen. Es wird einen Heckantrieb bekommen. Es wird außerdem einen LFP-Akku erhalten. Das bedeutet, LFP-Akku ist günstig in der Produktion und natürlich sehr robust, zyklenfest und so weiter. Brennt nicht, hat kein Cobalt drin, ihr wisst selber, wie es ist. Das bedeutet, ich kann mir schon vorstellen, dass es in die Schiene geht, wie bei uns den Standard-Range-Modellen. Und was hatte ich mir noch notiert? Dass die Reichweite ungefähr bei 450 Kilometer liegen wird, also über 300 Meilen auf jeden Fall. Das Ganze passt auf jeden Fall ins Bild, das Ganze macht Sinn. Es ist nur die Frage, wie schnell jetzt das Ramp-Up kommt, wie schnell da wirklich auch mal endlich Butter bei die Fische kommt. Das ist, wie gesagt, eine Mischung jetzt zwischen Spekulation und dem Insider-Papier. Aber ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr denkt. Fakt ist, da ist was in der Mache und wir müssen die Augen jetzt offen halten, ob vielleicht neue Erlkönige kommen, ob vielleicht neue Fahrzeuge mal auftauchen am Supercharger, die dort geprüft und getestet werden. Von daher, Leute, das war kurz und knackig von mir. Haltet die Ohren steif und schreibt mir eure Meinung dazu. Es tut sich auf jeden Fall was und es ist nicht aus der Luft gegriffen. Das ist Fakt, da kommt was von Tesla. Ich sage ganz ehrlich, wir würden die Zoe verkaufen von uns, die Renault Zoe und würden natürlich dann auch für meine Frau zum Beispiel jetzt einen SUV, einen kleinen SUV natürlich mit Cousin nehmen. Und wenn der dann 30.000 kostet oder 35.000 von mir aus, bin ich voll dabei, muss ich echt so sagen. Also von daher, Leute, halt die Ohren steif. Macht's gut. Ciao.